hallo und willkommen liebe zuschauerinnen und zuschauer zum weiterer bei meinem selbst bei simul-brief von starcrash 2 wings of the liberty ja hallo hier ist der andy es ist 21 46 und wie versprochen kommt heute am dienstag um 18 30 auch wieder eine neue aufnahme ein neuer part meines oder besser gesagt dieses let's play projekt ist hier ja das letzte mal habe ich ein protos leider gegen zerg versagt das bedeutet dass ich jetzt einen neuen start versuche mit protos hier im 101 was zu reißen vielleicht klappt es vielleicht klappt es nicht ich kann nichts garantieren und im gespiel gegen einen favorisierten zerg namens zarathustra auf den werften von antigen mit vier startplätzen was bedeutet wissen ich wo der gegner anfangs ist weil es gibt drei möglichkeiten wo dann sonst noch sein könnte so warten wir jetzt einfach erst mal hoffe dass es heute keine probleme über internet gibt hoffen wir das einfach mal drücken wir allesamt die daumen und warten wir dann jetzt einfach erst mal eben hat übrigens auch meine tastatur gesponnen ich weiß auch nicht warum ich habe manchmal irgendwas gedrückt solche leertaste und das hat irgendwie viel zu spät reagiert oder so oder teilweise auch gar nicht ich hoffe das klappt jetzt dann auch einwandfrei mit den hotkeys nicht dass die irgendwie rum spinnen das wäre dann absolut suboptimal mir ist aufgefallen ist das hier ein hacken kreuz guck mal hier hier in der mitte ist ja kreuz und das hat so ein bisschen hier so wo ich gerade mit der maus lang fahre so ein bisschen mutmaßung von okay ich weiß ein hacken kreuz geht andersrum quasi also das dreht sich nicht in die richtung sondern in die richtung aber so eine gewisse ähnlichkeit gibt es ja trotzdem hier so oder bilde ich mir hier jetzt was ein so okay so fangen wir an ganz erstmal normal aufbau mit meinem protos hier mit meinen lieben sklaven sonden hier jetzt erst mal schön mineralien scheffeln das obligatorische glhf good luck have fun der höflichkeit halber obwohl ich ihm natürlich nicht viel glück wünsche denn das glück soll natürlich natürlich auf meiner seite sein ich will glück haben der typ so da werde ich gerade gefragt ob ich aufnehmen und ja es scheint so als würde ich aufnehmen über china also ja ich nehme gerade auf habe gerade musikhausaufgaben gemacht wir machen musik im moment so komisches obwohl komisch will ich jetzt nicht sagen nachher guckt mein musik lehrer hier zu und dann sieht er dass ich zu sein ich sage ist natürlich absolut nicht komisch dass wir jetzt gerade nur irgendwie so eine floskel um es als komisch zu bezeichnen natürlich ist so moll naturenleiter mit natürlichen melodischen und harmonischen moll sehr interessant und das braucht man natürlich auch im späteren leben für alle berufe und es ist so wichtig dass man das kann und dur und moll und kreuz und bass und auflösungszeichen was nicht alles gibt es ist essentiell für das leben deshalb müssen wir das als rückgang machen scheint darüber testen sowas weil wir das natürlich brauchen ja lieber herr musiklehrer ich danke ihnen dafür dass wir das bei ihnen lernen und so strikt und disziplin das ist einfach so strikt durchziehen weil es einfach wichtig ist vielleicht gab es in letzterem eine art leine ironie vielleicht auch nicht wer weiß ist aber gerade eine drohne ich könnte jetzt übrigens auch mal scouten gehen vielleicht war eben gesagt etwas ironie vielleicht auch nicht man weiß es nicht so jetzt erst mal auch im sellet raushauen schnell weiß ja nie was hier so der feind in den kampf schickt einem vor die füße wirft kann man ja nie so direkt wissen könnten jetzt auch gleich wieder so komische zerklinge kommen okay der geht da auch der hier macht jetzt position halten hey du solltest da bleiben und gucken was er da hat nichts zurück abhauen so ich nehme frühe diesmal nicht so eine frühe ähm expansion äh green sieht die mich noch ich könnte es theoretisch versuchen die okay war natürlich klar dass das nicht klappen wird aber was sonst So, hier baue ich jetzt erstmal auch so einen Raum, ne nicht Raum, Roboterfabrik. So, jetzt bin ich Peilen geplockt, was absolut semi-optimal ist, muss ich zu gestehen. Absolut semi-optimal. So, ich sammle gerade eine Menge, wie heißt es, Gas an. Ich würde gerne reinwalken, aber ich bin eben Peilen geplockt, dass er möglich stoppt, dieses Reinwalken. So ein bisschen jedenfalls. Oh, wie viele Sonnen habe ich hier denn sehen, du bist. Aber haben die gerade was angegriffen? Ich habe es gerade gar nicht richtig mitbekommen. So, reinwalken kann ich jetzt auch nichts Neues, mal wieder wegen den Pulonen. Okay, das kann ich aufklappen, aber bringt mir nur nichts, wenn man, ähm, nichts bauen kann. Okay, der geht da schaben. Wo hat er seine Armee? Brauche ich jetzt... Brauche ich jetzt erstmal lieber vier Hetzer, da bringt es nämlich nicht weiter auf, ähm... Er geht wirklich auf Schaben. Das bedeutet, dass ich hier mal anfangen sollte, Emos rauszuhauen. Und auch, ähm... Den Zirkel des Zwielichts erforschen sollte. Also den Transit. Das Transit, den Transit, wie das ist, das weiß ich. Aber natürlich auch immer meine Pulonen nicht außer Acht lassen. So, jetzt hat er auch schon wirklich eine Menge Schaben. Muss ich sagen. Ganz wichtig sind hier eben weiter Mineralien. Ich schicke diese Armee hier jetzt schon mal hier hin. Eine Sonde baut hier auch ein Pulone hin. Wenn ich dort vorne direkt reinwarten kann. Okay. Ich bin das Herz, das ist... Jetzt kommt's zum Fall. Ihr habt nicht gelügend Mineralien. Ich bin hier. Ich bin kalt. Er wollte es so haben. Faszinierend. Ich bin kalt. Ich bin kalt. So, jetzt... Wir sind eins. Und ich bin hier. Ich bin schabt. Ihr sollt arbeiten gehen. Nicht gelügend Energie. Jetzt bin ich peinengebloggt. Jetzt kommt's nicht mehr. Habt nicht genug Gas. Hier keine Assimilaturen. Hier ist auch ein Immortal. Hier ist aber noch ein Immortal. Okay, das sieht gar nicht gut aus gerade. Hier ist aber noch ein Immortal. Jetzt hau ich aber auch rein Jetzt reicht's mir Boah, hab ich einen Wespingas-Mangel? Jetzt konnte er das sogar noch abwehren mit aller Kraft Verwundert mich sogar noch ein bisschen Ich habe einen Wespingas-Mangel Und viel zu viel mit der Radio Ab, eure Krieger bekämpfen den Gegner Dann hole ich hier jetzt meine dritte Basis So, und mach jetzt einfach erstmal nix Sondern warte ein bisschen Durch was sehe ich hier eigentlich Durch was habe ich hier im Moment das Licht Oh Okay, durch den Viech Durch den Viech Durch das Viech natürlich Ich bin hier in die Schatten Erneut Leben Ihr benötigt mehr Wespingas Nicht genügend Energie Nicht genügend Energie Basis Ihr benötigt mehr Wespingas Oh nein, bitte keine Mutalisken jetzt Was ist euer Beginn? Zurück in die Schatten Ich bin hier in die Schatten Am Goldbeam Ihr müsst zusätzliche Klonen bauen So So Jetzt zerstört ihr hier alles von mir Jetzt zerstört ihr hier alles von mir Ich bin hier in die Schatten Ich bin hier in die Schatten Ich bin hier in die Schatten Zurück in die Schatten Ich bin hier in die Schatten Hier unten zerstört ihr euch jetzt Ich bin die Stimme der Finden Ich bin hier in die Schatten Ich bin hier in die Schatten Ich bin hier in die Schatten War das ein Spiel jetzt? Ich bin hier in die Schatten Ich bin hier in die Schatten Ich bin hier in die Schatten ist jetzt auch genau 22 uhr er war silberliga ich habe etwas mehr ressourcen gesammelt hatte mehr einheiten mehr gebäude aber sein ressourcen schnitt war ressourcenstand auch größer hätte er mehr ausgeben können was mit dem mutter am ende wurde sogar noch recht böse von ihm hat doch nichts wirklich geholfen hat zwar meine minder allein wirklich sehr stark geschädigt aber ich konnte es noch abwehren meine armee war dann unten groß genug um da doch noch durchzuschlagen ich hoffe auch heute hat euch wieder gefallen und schreibt in die comments alles mögliche wie euch gefallen hat ob ihr tits habt ob ihr irgendwas anmerken wollt und gibt ein like oder dislike da wenn euch gefallen hat oder wenn euch nicht gefallen hat aber ganz wichtig ist wenn ihr dislike gibt dann schreibt mir doch eine begründung wenn ihr ein like gibt wäre auch eine begründung sehr nett und wie gesagt ich hoffe euch hat es gefallen mich freut wenn ihr mich würde es freuen wenn ihr morgen auch wieder dabei sein und ja bis dann ciao